die christen werden oft ermordet in islamischen ländern sie afghanistan was für schlechte witze oder in afghanistan sind durch die us-inventionen 240.000 menschen umgebracht worden und 5,5 millionen menschen auf der flucht und du redest von christen werden in afghanistan getötet in den christlichen ländern werden auch muslimen getötet zum beispiel anschlag von hanau 2020 anschlag von christchurch neuseeland 2019 anschlag von münchen 2016 anschlag von solingen 1993 anschlag von bremen von bremen entschuldigung von dresden 2009 von redest du träumst du schlecht oder wie nsu-morde welchen planeten lebst du